Diese Geburtsjahrgänge können 2023 erstmals in Rente gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2022 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. 2023 steht aber sozusagen schon vor der Tür. Ich denke für Sie genau der richtige Zeitpunkt, um zu erfahren, wer 2023 in Rente gehen kann und wie hoch die Abschläge in der Rente sein können. Welche Geburtsjahrgänge können im Jahr 2023 überhaupt erstmals in Rente gehen? Diese Frage beantworte ich in diesem Video für die Regelaltersrente, für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, für die Altersrente für langjährig Versicherte und für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Bevor ich aber auf diese Kernfragen eingehe, noch ein wichtiger Hinweis zum Beginn einer Altersrente. Renten werden immer im Folgemonat gezahlt, der dem Monat folgt, indem man das für die jeweilige Rentenart maßgebliche Lebensalter vollendet hat. Wer also am 15. Juni 1960 geboren wurde, vollendet am 14. Juni 2023 sein 63. Lebensjahr. Seine Berente beginnt dann, wenn er die Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 Jahren und 35 Jahren Wartezeit in Anspruch nehmen will, am 1. Juli 2023. Aber es gibt eine Besonderheit. Wer aber am 1. eines Kalendermonats geboren wurde, vollendet nach den Regelungen der Fristen und Termine rein rechtlich das Lebensalter im Vormonat. Wer also am 1.7. 1960 geboren wurde, vollendet am 30. Juni 2023 sein 63. Lebensjahr. Dieser Versicherte kann also seine Rente mit 63 schon ab dem 1.7. 2023 in Anspruch nehmen und nicht erst ab dem 1.8. 2023. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, welche Geburtsjahrgänge nun direkt im Jahr 2023 in eine Altersrente gehen können. Fangen wir mit der Regelaltersrente mal an. Für die Regelaltersrente benötigt man eine Mindestwartezeit von fünf Beitragsjahren und für die Geburtsjahrgänge ab 1964 das vollendete 67. Lebensjahr. Bei der Regelaltersrente gibt es grundsätzlich keine Rentenabschläge. Für die Geburtsjahrgänge vor dem 1.1.1964 gelten noch wegen der Anhebung der Regelaltersgrenze im Jahr 2012 von dem 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr besonders zu ermittelnde Lebensalter für die Regelaltersgrenze. Dieses Alter erhöht sich Jahrgang für Jahrgang. Da gibt es auch entsprechende Tabellen, wo man reinschauen kann und dann kann man das erkennen. Ich werde Ihnen das gleich erläutern. Im Jahr 2023 erreichen grundsätzlich die Geburtsjahrgänge ab dem 2. Januar 1957 bis zum 31.12.1957 die Möglichkeit erstmals die Regelaltersrente in Anspruch zu nehmen. Wer hingegen am 1.1.1957 geboren wurde, kann schon am 1.12.2022, also noch vor dem Jahr 2023 in die Regelaltersrente gehen. Und zwar mit Vollendung des 65. Lebensjahres und 11 Kalendermonate. Wer also 1957 geboren wurde, kann mit 65 Jahren und 11 Kalendermonaten die Regelaltersrente im Jahr 2023 erstmals in Anspruch nehmen. Bezogen auf die Geburtsjahrgänge vom 2. Januar 1957 bis zum 31.12.1957. Wer am 31.12.1957 geboren wurde, kann am 1.12.2023 die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Wer hingegen aber am 1. Januar 1958 geboren wurde, der kann erstmals die Regelaltersrente zum 1. Januar 2024 mit 65 Jahren und 12 Kalendermonaten, das heißt also glatt mit 66 Jahren, in Anspruch nehmen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese Altersrente hat wie die Regelaltersrente keinen Abschlag, da gibt es definitiv keinen Abschlag. Diese Rentenart kann aber deutlich früher als die Regelaltersrente in Anspruch genommen werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass man die Wartezeit von 45 Jahren erreicht hat. Das maßgebliche Lebensalter für diese besondere Altersrente erreicht man im Jahr 2023, wer zwischen dem 2.12.1958 und dem 1.10.1959 geboren wurde. Wer 1958 geboren ist, kann mit Vollendung des 64 Lebensjahres in diese Rente gehen. Wer 1959 geboren wurde, kann erst mit Vollendung des 64 Lebensjahres und zwei Kalendermonate in diese abschlagsfreie Rente gehen. Wer am 2.12.1958 geboren wurde, kann, Sie haben ja sich die Regel beim Beginn einer Altersrente gemerkt, erstmals zum 1.1.2023 diese Rente beanspruchen. Wer am 1.10.1959 geboren wurde, das war das Ende der Geburtsjahrgänge, die noch 2023 in diese Rente gehen können, vollendet am 30.11.2023 sein 64 Lebensjahr und zwei Kalendermonate und kann somit erstmals zum 1.12.2023 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten, aber wie immer nur auf Antrag. Jetzt die Altersrente für langjährig Versicherte, da ist es ein bisschen einfacher. Diese Altersrente kann man schon mit Vollendung des 63 Lebensjahres damit nochmals deutlich früher als die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Voraussetzung dafür ist aber, dass man eine Wartezeit von 35 Jahren ab Rentenbeginn nachweisen kann. Somit können die Geburtsjahrgänge vom 2.12.1959 bis zum 1.12.1960 erstmals im Jahr 2023 diese Altersrente erhalten, aber wie immer auch hier nur auf Antrag. Wer also im Jahr 2023 sich für diese Rente entscheidet und in die genannten Geburtsjahrgänge fällt, muss aber einen Rentenabschlag in Kauf nehmen. Die Höhe der Abschläge berechnen sich wieder nach den Geburtsjahrgängen der entsprechenden Versicherten. Wer 1959 geboren wurde, wird, wenn er 2023 in diese Rente geht, 11,4% Abschlag erhalten. Wer 1960 geboren wurde, da sind es dann schon 12% Abschlag. Last but not least die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Diese Rente können Versicherte mit nochmals deutlicheren, früheren Rentenbeginn als die drei erstgenannten Renten in Anspruch nehmen. Im Jahr 2023 können Versicherte mit einer anerkannten Schwerbehinderung, Grad der Behinderung 50 und 35 Jahre Wartezeit, erstmals in Rente gehen, wenn sie in der Zeit vom 2. Juni 1961 bis zum 1. April 1962 geboren wurden. Wer 1961 geboren wurde, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen frühestmöglich mit Vollendung des 61. Lebensjahres und sechs Kalendermonate in Anspruch nehmen. Wer 1962 geboren wurde, kann erst mit Vollendung des 61. Lebensjahres und acht Kalendermonaten diese Altersrente beantragen. Wer also am 1.04.1962 geboren wurde, vollendet am 30.11.2023 das 61. Lebensjahr und acht Kalendermonate und kann am 1.12.2023 diese Altersrente beanspruchen. Auf Antrag selbstverständlich. Der Rentenabschlag würde für die genannten Geburtsjahrgänge im Jahr 2023 bei genau 10,8 Prozent liegen. Das ist der maximal mögliche Rentenabschlag für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Einen höheren Abschlag gibt es in dieser besonderen Rentenart nicht. Wer aber später in Rente geht, erhält pro Monat späteren Rentenbeginn 0,3 Prozent weniger Abschlag. Das ist im Übrigen eine Regel, die auch bei der Altersrente für langjährig Versicherte gilt. Sollten sie zu den genannten Personen gehören, die aufgrund ihrer Geburtsjahrgänge in den genannten Renten erstmals im Jahr 2023 in Rente gehen können, ist dieses Video ein guter Überblick, um für sich selbst zu entscheiden, ob 2023 der Startschuss für ihren Rentenbeginn sein soll oder wird. Um sicher zu gehen, dass sie ihre Rente im Jahr 2023 erreichen können. Nutzen sie unsere umfangreichen Planungs- und Beratungsangebote auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche ihnen eine rentenstarke Woche, ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.